Jeder kennt die Situation. Du bist mal wieder ganz entspannt am Wegrennen vor der Polizei. Du hast alles im Griff. Doch dann, ein Hindernis auf deiner Fluchtroute. Die Polizisten kommen immer näher, aber kein Grund gleich in Panik zu verfallen. Denn ich hab hier drei Tricks, mit denen du das Hindernis ganz einfach überwinden kannst. Mach dich bereit für die erste Möglichkeit. Die Ninja-Rolle. Nicht nur effizient, sondern leider auch durchaus schmerzhaft. Die zweite Option. Warum über das Hindernis, wenn es auch unten durchgeht? Spart vor allem Kraft, aber leider keine Zeit. Trick Nummer drei. Der sogenannte Webster. Kann bei falscher Anwendung zu Knochenbrüchen führen, sieht aber extrem fresh aus.